Nutella mit, Butter oder ohne? Ich lese es morgen in der Zeitung. Der Abend verlief geschmeidig, bis das politischste Thema des Abends. Nutella mit oder ohne Butter. Die Schlägereien zogen sich bis in die Morgenstunden. Die Butterfraktion hat gewonnen. Butter und Nutella, das ist einfach zu viel. Das Diabetes to go, was ist das denn? Was ihr macht, was wir nicht machen, legt das Brot, macht ihr auch Butter drauf. Butter passt nicht zu Wurst. Butter passt nicht... Was? Was? Butter passt nicht zu Wurst? Butter und Wurst geht nicht. Ist genauso, als wenn man sagen würde, die Menschenwürde ist Quatsch. Butter ist für mich alles, was süß ist. Damit kombiniere ich Butter. Fall abgeschlossen. Er hat gewonnen.